Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cultures, die DAS 8 der Weltrunde, nämlich die DAS 8 der Weltrunde. Und wie man sieht, habe ich jetzt um 96. Das heißt, es dürfte bald soweit sein, wenn der hier die letzten 5 Dinger noch weg mit Klaut hat, wenn die immer klauen würden. Hallo? Klaut mal woanders. Und ich habe fast rausgefunden mit dem Marmor. Das hätte viel schneller gehen können. Denn man kann bei denen einen Handelsvertrag auch einstellen. Habe ich nicht gewusst. Dann kann ich denen sagen, hier, alles was Bruchstein ist und Marmor ist, könnt ihr rüberbringen. Den Rest lasst uns an Ruhe. Blöd, ne? So, du bist ein Händler, der nächste Tuner. Ah, du warst der Händler. Ich habe auch mal eine Idee, was du tun willst. Und zwar, du gehst mal da runter und trinkst mal ein bisschen Nahrung mit. Wo ist denn die Nahrung? K, L, M, N. Ich trink mal ein bisschen Nahrung runter. So, und jetzt durch Waren geliefert. Neue Baustufe erreicht. Wir hatten die benötigten Waren im Lagerhaus am Leuchtturm abgeliefert und die Bewohner Alexanders dankten es uns. Trotzdem ging die Arbeit nur mühsam voran. Vor kurzem hatten Vagabunden in den Bergen den Ingenieur des Bauwerks entführt und seitdem wusste niemand so richtig, wie er gebaut werden sollte. Vielleicht ließen die Vagabunden aber auch mit sich reden und man konnte eine friedliche Einigung finden. Befreie den Architekten Sosnesostratos aus dem Vagabundenlager und bringe ihn in den Leuchtturm. Läuft jetzt bei uns. Ähm, was ich auch noch machen wollte. Der Handelsvertrag mit den Wikingern kann durchgeführt werden. Ding, Volk übernommen. Wir hatten den Wikingern die geforderten Waren als Tribut erreicht. Sie boten uns nun ihre Unterstützung an. Wir konnten in ihren Reihen ein weiteres Dorf errichten und auch ihre Soldaten wollten uns im kämpferischen Auseinandersetzung zur Seite stehen. Ich habe mehr Leute bekommen. Wikinger-Kundschafter, mein Volk hat mich ausgesandt, die Bergwerke der Sarazen zu erforschen. Sie hatten nichts Gutes im Sinn und sie haben das heilige Feuer des Leuchtturms gestohlen. Die Tore lassen sich nicht öffnen, meinte der Wikinger. Irgendwo in der Nähe muss es einen Schlüssel oder einen Schalter befinden. Ich habe mehr Leute öffnet die Tore. Erdbeben, jedes Beben beschädigt die Leuchtung von Pharaos. Wir mussten uns mit unserer Arbeit beeilen. Die Waren sind geliefert. Das heißt, du stopfst das Ganze erstmal. Was war das? Bergvolk. Verschwindet unsere wertvollen Goldvorkommen, werden wir keinem dahergelaufenen Normanen kampflos überlassen. Oder seid ihr bereit, unsere Tribut zu leisten? Woher kommt ihr denn jetzt her? Wahnsinn! Das Bergvolk. Zahle 15 Tribut 15 Leuchten. Solange ihr uns nicht angreift, werden wir euch nichts tun. Aber wir erholt unser Gold. Vorhaben an, was? Nochmal? Gold brauchen wir doch hoffentlich nicht. Dienstag fertiggestellt. Dienstag fertiggestellt. Ich habe nämlich vorhin noch angeschmissen, dass das mal upgradet wird. Ich komme nämlich jetzt auf Kuchen mal. Der, den habe ich nur, dass er das Zeug ranbringt, da hingetan. Der kann jetzt da wieder ranbringen. Es müssten drei Kinder erwachsen geworden sein. Ist erwachsen geworden, danke. Rechte Beruf träger. Nee, träger eben nicht, sondern wir haben nur noch einen Baum weiter. Ist erwachsen geworden. Bauarbeiter und Löcher. Und da ist noch einer. So, ich wollte drei mehr Reber auch. Hat nichts zu tun. Der Träger, ja. Das ist mir bekannt. Weil dich brauchen wir da nicht mehr. Du arbeitest jetzt da vorn. Lager aus 2 wurde fertiggestellt. Es soll aber ausgeholt werden. Zum 3er. Lager ist voll. Ware nicht produzieren. Ach, das ist der. Mh. Haben wir noch ein paar Zivilisten. Da ist niemand drin. Oh, Alter, die haben da ultra geiles Zeug da. Hupfer. Hochstein. gleich die nase der ist schon da drin der ist auch da drin Bäckerbrot ist voll das sind unsere Wikingerfreunde hier Kaserne heißt das ich muss wirklich noch kämpfen hatte ich gar nicht oh geil der hat mein Tempel Schreiner arbeitest du auch dort? nö Abbauer für Holz so dann haben wir das dann haben wir das dann haben wir den Holzer Schreiner essen haben wir auch wie dürfte das Dorf hier oben eigentlich laufen? oh sogar Braustermann nice da liegt alles wie wild herum krass jetzt habe ich zwei Dörfer das ist natürlich kann nicht mehr produzieren klar kannst du wieder produzieren du musst nur wegbringen Entler hat nichts zu tun das ist mir auch bewusst ähm Träger hat drin weil Bruchstein dann geht er runter zum Glück brauchen wir jetzt den Bruchstein nicht mal so richtig nicht mehr so nicht mehr so wichtig wie das klingt so äh gucken wir mal mit dem ein bisschen rum da ist der Schalter was ist jetzt genau unsere Aufgabe wo sind denn unsere drei Kollegen da schieb mal die mal da runter die hätte ich vorher auslöschen müssen und von den Vagabunden soll ich den befreien aber da sind jetzt nicht die Vagabunden denke ich hm wir öffnen mal die Träger Lager voll nichts nichts zu tun was ist denn eigentlich mit dem der jetzt die Nahrung unterbringt da was ja ja hier unten haben wir Nahrung passt nämlich ein Träger äh ein Händler beauftragt der soll Nahrung da weg schaffen dass da wieder was zu tun ist Brot haben wir Massen da Fleisch haben wir alles da da können wir ruhig ein bisschen was man sich in die anderen Lagerhäuser verteilen Lehm hä Lehm kann nicht sein dass jetzt irgendwann dein Leben hinausgeht die Mission zieht sich so das ist so heftig das sind unsere Kollegen da sind die Helden ach ach ist da komm gib Gummell gehen wir mal Stufe 3 wir hängen jetzt schon wirklich lang an dieser Mission wo ist denn Siegert ach da hinten kommt er also Essen wird uns nicht ausgehen aber wahrscheinlich alles andere Lehm und und Holz irgendwann wo wir da noch genug haben Bruchstein auf jeden Fall die haben wir jetzt eh schon gut vertüttelt Neues an euer Gold wollen wir nicht keine Angst So machen wir erstmal die Kiste auf komm gib Haus der Wale das sind dann zwei drei Kisten Tränke Tränke nee essen und noch mehr Zeugs ob sie den abschlachten oh da ist noch die Tore des Werfer ließen sich nicht öffnen irgendwo musste ein Schlüssel oder ein Schalter sich befinden bin dabei bin ich nicht befugt wieso bin ich nicht befugt stellt ihr euch mal bitte da drauf das ist also eine Sackgasse da geht es nicht lang boah oh die Mission die schafft mich noch krass also dieses Erinnern ist ja mal na da dann suchen wir halt den Architekten bestimmt hat jetzt mal irgendwann irgendwo jemand gesagt wo die für mich im Wacker bunten sind aber so wie ich drauf bin sitzen die irgendwo da ach ja das ist ja pfuh machen wir durch oh so was ist das hat sich jemand angekommen hat das ein Löwen gewesen und nochmal auf durch Alexandra durch jawohl da ist alles voll ein Langspot haben wir noch warum hast du das nicht getradet warum hast du dich nicht getradet aha wo liegt der denn ach mitten hier drin da ist niemand sind die schon da ne ist ein Bogenschützer gestorben ist heute gestorben aha zwei Hachi aber Hachi mein Pugler noch nicht da hä was sind da Hachi haben Hachi vergessen Hachi hat aufgehört zu laufen hm wo waren jetzt die hier waren die das macht mir Angst dass die da dass da Tote sind aber ich warte lieber auf Hachi zu dritt ist mir das defensiv essen schlafen erlaubt erfahrung 0% alle 0% mache nicht finden Holz ohne Mist hat er ist auch da was ist das schon abgeholzt hat ey die haben so viel Zeit weißt da holpfen die einfach alle Sachen aber so ist das so ist das leider Hachi 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 komm der wird auch noch später nachkommen wir haben alle drei so gucken wir mal Wackabon wie seid ihr hier ah und wer seid ihr Nomadenfeik von der restlichen Welt tatsächlich eine kleine Oase mitten der Wüste für uns auch mal wieder die bauen sogar noch die sind nur frisch guck ein Katapadol jawohl was ich jetzt damit will ja meins oh da ist guck mal das macht sie mit wohl auch noch ein Katapult ihr vagabund nur seid ihr hier hat sich das alles wirklich merken könnte ne oh Hachi ist da noch eine Ruhe hallo und noch ein Katapult da müssen wir eigentlich schon irgendwo in der Nähe sein was sind drücken die uns hier so viele Katapulte schenken wenn sie auf Krieg hinausläuft komm komm her ja hier in der Ecke schafft es keiner mehr hin wo sind sie denn da sind sie hallo who are you die Vakabundis kriegt ja keinen Text dazu ganz ohne Text Ah hey ihr da wir dulden keine Eindringen in unserem Dorf oder seid ihr hier um das Lösegeld für den Architekten Stratos so so Stratos zu bezahlen das Lösegeld das wir von den Alexandrinovenen verlangten ist allerdings nicht mehr ausreichend wir sollten nunmehr den Drachen den Drachenfutter wird auch immer teurer achso denn ach uuuh lern wir nochmal lesen außerdem könnt ihr wikinger fantastisch im Wett ansetzen so sagt man auch äh so sagt man auch davon wäre uns ein paar Fässer ein paar Fässer reicht aber ich stelle leider nur so die kleinen Krüge her so was wollt ihr nun 120 Münzen jetzt ohne Mist 120 Münzen ich hab da zumindest mehr Lösegeld Alexander gab uns das ursprünglich geforderte Lösegeld von 100 Münzen und stellte uns einige Soldaten zur Verfügung um die Vakabunden zu stellen und den Ingenieur zu befreien die Entscheidung ob wir sie bekämpfen oder das Lösegeld Forderung begleichen lag nun ganz bei uns ja dann ist ja ganz einfach Zein Vagabund euer Bier hat uns gemundet und aufgrund des Lösegeldbetrages könnt ihr euch nun umgehindert in unserem Lager umsehen und euch mitnehmen was ihr wollt sogar den Architekten da ist uns eh zu nichts nütze sprachen sprachen die Vagabunden bevor sie in einem tiefen Rausch verfehlen und ihre Häuser verschwanden ja ja Rampfurter hallo da 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 Windamulett zu alles da der versteckt sich erst mal dahinter ok so Stratas ich begrüße euch euch müssen die Alexandrin zu mir geschickt haben denn mein Werk ist noch nicht vollendet ohne mich werden sie es wohl nicht schaffen würdet ihr mich zum Leuchtturm begleiten so das ging jetzt relativ fix ob ich die einfach durchschicken kann so mein Jungs hier hin bitte der ist viel lang warte mal los stopfen stopfen Hatschi Hatschi stopfen der hier braucht Ausrüstung deswegen liegt doch Zeugs hier auf jeden Fall nimmst du die Schuhe vielleicht gibt es kein die Schuhe der hat Schuhe und Wind aber nicht man sollte aber mit denen sie mithalten können ja ich schicke mich erst mal zum Dorf oh guck mal hier haben wir die alexandrinischen Krieger wir sehen schon cool aus und wir überziehen schon wieder maßlos das heißt maßlos zwei Minuten aber das soll es dann auch ein bisschen gewesen sein ich bedanke mich ich hoffe euch hat es gefallen ich hoffe mich über Feedback Freunde bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ciao